Eine Frage, die ich öfter gestellt bekomme, ist die Frage, war es echte Liebe, wenn ich irgendwann verlassen werde oder verlassen wurde? Das ist eine gute, spannende Frage, die, glaube ich, für viele Menschen ein Thema ist oder sie umtreibt. Vor allem kurz nach einer Trennung ist das eine sehr schmerzhafte Frage. So, das ist heute das Thema hier bei traumaheilung.de. Wenn dir der Kanal gefällt, freue ich mich, wenn du, ja, wenn du ihn abonnierst. Ja, wenn wir Dinge beurteilen nach dem, wie sie zu Ende gegangen sind, dann haben wir oft ein großes, großes Problem im Leben, weil dann viele schöne Dinge in unserer Erinnerung negativ werden und das wäre sehr schade. Damit tust du dir, damit tut sich niemand einen Gefallen. Wir sollten die Dinge danach beurteilen, wie sie gewesen sind, während sie da waren. Weil, ich nehme mal ein anderes Beispiel. Du hast eine schöne Beziehung und jemand stirbt, auf eine nicht so schöne Art und Weise. Also es ist ein schreckliches Ende. Nur, du kommst wahrscheinlich nicht auf die Idee, dann die Beziehung für schlecht zu erklären oder zu sagen, ich bin niemals geliebt worden, sonst wäre die Person einfach nicht gestorben. Sondern du nimmst es als schrecklichen Teil des Lebens und trauerst und machst alles, aber du drehst die Beziehung nicht im Nachhinein rum. Und deswegen würde ich, und das ist eine super persönliche Entscheidung, letztlich musst du wissen, was du mit deinen Erinnerungen machst. Ich würde eine Beziehung danach beurteilen, wie sie sich angefühlt hat, während sie war. Und dann kommt einfach der menschliche Faktor. Wir entwickeln uns weiter. Es gibt Differenzen. Menschen fühlen sich nicht mehr wohl in Beziehungen. Und wir können das alle ganz, ganz persönlich nehmen. Oder wir sagen, ja, so ist das. Das ist mir auch schon so gegangen. Es gibt den Punkt, wo du das vielleicht verstehen kannst. Einfach auf einer ganz menschlichen Ebene. Wenn du, ja, wenn es dir eine Freundin erzählen würde oder ein Freund, der aus der Beziehung rausgeht und vielleicht sich nicht mal richtig gut benimmt oder so, dann schaust du da vollkommen anders drauf. Und das, was so tragisch ist, wenn wir eine Beziehung im Nachhinein umdeklinieren und nur quasi am Schluss festmachen, dass die ganze Beziehung eine Lüge war, ist, dass wir dann nicht viel schöne Erinnerungen behalten. Und das ist auch nicht wahr, weil du warst ja mal verliebt und der andere Mensch war auch in dich verliebt. Und ihr wart zusammen und ihr habt tolle Sachen miteinander erlebt. Es war schön miteinander. Das war keine Lüge. Außer du bist jetzt mit einem Psychopathen zusammen gewesen oder einem Obernarzisten. Aber wenn es einfach ein normal neurotischer Mensch war wie du und ich, dann war es keine Lüge. Und deswegen würde ich immer raten, nein, das Ende hat nichts damit zu tun, wie es angefangen hat. Und ich würde die Beziehung in Ehren halten und vielleicht wird sogar eine Freundschaft draus. Und dann hast du sehr viel mehr schöne Erinnerungen im Leben. Und nein, dass wir uns irgendwann eines Tages trennen. Und wenn du dich jemals in deinem Leben schon selbst getrennt hast, dann weißt du, dass es trotzdem eine Liebe war. Und nur weil es irgendwann auseinandergegangen ist, hat es nichts damit zu tun, dass es das nicht mal war. Ja, das ist meine Anregung zu dem Thema. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dami.